Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 56 von Oxygen Not Included. Tja, wie der Teufel immer so will, ihr seht hier, wie es immer so passt. Ich habe letztes Mal doch diese Schleuse schön gezeigt und ich habe gespeichert und in dem Moment, wo ich das Video beendet habe, dann habe ich gespeichert. In der Zeit ist ein Pufflet tatsächlich da durch. Also ich konnte es euch leider jetzt nicht live zeigen, wie ihr seht, aber ist halt so. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das wieder in den Griff kriegen und der zweite noch da rein muss, das ist vor allem das Wichtigste. Er macht jetzt hoffentlich die Tür da auf, dass die Automatik ist, genau, dann passt das erstmal. Und wenn er dann da drin ist, dann sollte alles klappen, wie wir das uns so vorstellen. Schauen wir mal. Ich sage mal, nach dem Intro gucken wir weiter, was wir dann machen. So, also wir warten ab, bis er da durchfliegt. Das dauert wahrscheinlich noch einen kleinen Moment, aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Wir können aber hier, das ist ja alles schon ausgewählt, keine Samen verfügbar. Okay, hier oben wird gerade abgeerntet. Das ist gut. Wie viel Geld haben wir? 41. Ich wollte ja letztes Mal noch einen Dupe dazu nehmen. Der Mordrak hatte mir dann auch geantwortet, dass es besser so ist, das nicht zu tun. Und ja, dann werden wir das auch nicht machen, ne? Jetzt ist hier die Frage, wenn ich hier jetzt das... Ich könnte hier oben auf jeden Fall mal gerade hier die zwei weggraben lassen schon. Geht da einer hin und gräbt dann? Der käme da runter, könnte hier rüberspringen, könnte da durch, käme da hin. Ja, könnte man machen, ne? Dann sollte das funktionieren. Da kommt er noch nicht hin, weil noch, ne? Passt noch nicht. Hier ist klar mit dem Wasser. Hier haben wir nichts im Auftrag. Das sollten wir vielleicht mal gerade ändern. Kupfer machen wir mal ein bisschen wieder. Ja, man sollte natürlich hier unten 10 Stück einstellen, wenn man 10 Stück haben will und nicht da irgendwo anders hinklicken. Das passt erstmal. Was macht eigentlich unsere schlechte Luft für die Dings? Kommt das hier rein? Hier ist Chlorgas drin. Ist dieses System jetzt am Arbeiten? Lüftung, Lüftungs-Overlay da. Ja, das funktioniert nicht ganz, weil hier noch nicht fertig gebaut ist. Dann würden wir mal hier die Priorat auf 9 setzen für Gasleitung und da auch auf 9 setzen für Gasleitung. Was haben wir denn hier jetzt gerade gemacht? Der steht wie, Sauerstoff soll gefiltert werden, geht nach oben. Restliche Luft geht hier lang. Also hier haben wir schon soweit vorbereitet. Ersticken, wer erstickt? Aha. Öffnen. Öffnen, also hier auf Automatik. 9 ist eingestellt, oder? Gasleitung, Kohlendioxid, Tür öffnen auf 9. Auf Automatik sollte funktionieren. Geht da denn jetzt einer auch hin und macht das? Ersticken ist nämlich nicht so toll. Könnt ihr sie auch selber das mal gerade aufmachen? Ja, kann sie. Ja, geht doch da durch. Ganz schnell, bitte Luft holen. Alter, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Also das ist ja schön und gut hier mit dem Ding, ne? Aber wer hat denn das jetzt wieder gemacht? Dass er erkannt hat, dass hier wer drin ist? Das ist doch ein Tiersensor und kein Menschensensor. Warum ist es wieder zugegangen? Ohne, dass einer gefangen ist, oder? Nee, kann nicht sein. Das passt. Wieso hat er den Tiersensor? Wieso hat das... Ist mir schleierhaft, dass das wieder abgeschlossen war. Wer konnte da rein? Versteht wieder keiner. Was haben wir hier? Ein Ei. Okay. Puff Klett Ei. Machen wir abbrechen. Und da gibt es ja jetzt den Prinzen. Den machen wir da mal rein. Kontinuierlich, weil da liegt das Ei. Da sollten wir vielleicht auch schauen, dass wir das ausbrüten dann. Da haben wir ja schon einen, ne? Und hier haben wir noch den anderen hier. Er hier. Den müssten wir da mal rauskriegen, weil der ist ja da vielleicht auch nicht an der richtigen Stelle. Sandstein wird da aufgenommen, okay. Oh, er hat jetzt was gerade erkannt, weil da das Ei reingekommen ist. Alles klar. Auch sehr schön, ne? Öffnen. Nee, da öffnen. Und da Automatik. Aber er schließt sowieso beides ab. Aber das sollte... Eigentlich brauchen wir den ja gar nicht da dran anschließen, ne? Okay, jetzt ist offen. Er hat auf jeden Fall was fallen lassen. Das ist unser Schleim, den wir ja auch haben wollen. Ich hoffe, er geht da jetzt mal rein. Ah, ist knapp nebenher, ne? Was macht unsere Sauerstoffversorgung dafür? Oder Sauerstoff ist es ja nicht so wirklich. Hier oben. So, die Leitungen sind da. Das heißt, das zerlegen wir. Und wir müssen dann Lüftungsbau rein. Nochmal einen Gasfilter bauen, der dann da hinkommt. Okay. Diese Prio müssen wir gerade auf 9 setzen für den Gasabzug, dass der abgerissen wird. Hier fehlen noch zwei. Oder sind zwei unterwegs, Leute. Ja, sind zwei unterwegs, okay. So, da wird abgerissen. Das ist gut. Dann können wir sofort... Ne, Lüftung, den zweiten Längens da hinbauen. Wenn der abgerissen ist, sollte das funktionieren, oder? So, und dann... Also, wir müssen noch das Röhrchen daneben bauen. Dieses hier noch da raus bauen. Und dann müssen wir den einstellen. Aber das funktioniert erst, wenn wir... Gasfilter auch auf 9 sollte schnell gebaut werden. Wie sieht es hier oben aus? Nicht, dass da wieder einer gleich erstickt. Ah, ist schon wieder zu. Und kein Mensch weiß, warum es zugegangen ist. Öffnen. Öffnen. Und Automatik. Warum geht das da auf? Kein Mensch versteht das jetzt hier. Aber gleich ist der letzte da auch noch drin und alles ist gut, oder? Funger, Zeit bis zum... Ah, das ist wichtig, dass hier unten die Pumpe fertig wird. Ah, hier, nicht da unten. Gasleitung wird repariert. Gasfilter wird gebaut. Hm. Und dann müssen wir da verschmutzte Luft einstellen, ne? Damit die das kriegen, da... Naja, vielleicht wird der eine oder andere hier sterben. Aber wir haben ja einige davon. Das geht ja dann, ne? Der ist nur eingeengt. Wir müssten hier unten das gleiche normal bauen, dann wohl, ne? Basis... Mauer... Warum was hier zu? Ja, warum was da zu? Geht nicht. Müssen wir erst das... Aufräumen oder kompostieren? Aber da kommen wir nicht hin zum Kompostieren, oder? Balsam, Lilienblume, oder wie sie auch immer heißt. Hier ist schon wieder zu. Ich weiß nicht warum. Ne, öffnen. Automatik. Weißt du, was wir hier an der Seite machen? Da muss ich das andere Overlay haben hier. Ist das bei Strom dann zu sehen? Also, ne, warte mal. Ich mach das mit Automatisieren. Mach die Brücke. Und dann müsste ich eigentlich... Ah, okay. Zerlegen. Zerlegen, mach mal abbrechen. Das ist ja falsch. Ich muss erst mal hier... Mach das mal auf Automatik schon mal wieder. Sowieso. Automatisierungs-Kabel zerlegen, mach mal. Weil das müsste man ja mit einem Gatter dann auch noch umändern, ne? Genau so ist es. Automatisierungs-Band-Signalschalter. Ich müsste hier irgendwo schauen. Wäre das ein Nicht-Gatter? Oh, das ist aber riesengroß, ne? Aber das bedeutet, ich muss das... Eingang ist so, das heißt, ich müsste es... Ah, ne, das wollte ich so jetzt nicht. Ich wollte nur gedreht haben, aber war mal wieder falsch mit drehen, ne? Weil das ist O. Ich glaube, das müsste ich so dahin machen. Das müsste dann auf... Ja. Gasleitung. Ja, da müssen wir erst warten, bis das fertig ist. Aber es ist schon wieder zu und ich weiß nicht warum. Er hat es gerade hier abgeschlossen, oder? Öffnen. Versteht keiner. Was haben wir denn hier unten? Kohlendioxid, das ist schon blau. Ah, der Gasfilter ist fertig. Sehr gut. Verschmutzter Sauerstoff soll da gefiltert werden. Der Rest soll da rein. Jetzt ist die Frage, was passiert hier gerade? Wahrscheinlich nichts, weil hier oben Stau ist, ne? Ah. Aber die Maske kommt gerade. Das heißt, Lüftungsoverleben müssten wir jetzt erkennen können, oder? Er sitzt, bringt er die Maske zurück? Die dann hoffentlich aufgefüllt wird. Ja, bewegt sich. Es kommt aber gerade nur sauberer Sauerstoff da rein. Na, super. Also die Idee, die ich da hatte, war wohl auch nicht die Präkelne, oder? Kann das sein? Macht irgendwie gerade keinen Sinn. Aber wir können das mal da unten so machen. Das ist noch eine Idee. Lüftung. Diese Brücke da hinbauen. Die kommt dann da hin. Und funktioniert hoffentlich so. Und wir gehen dann hier hin und holen hier den Sauerstoff raus, oder? Den schmutzigen. Das bedeutet... Ne, Ziegel nicht zu erlegen. Gasbrücke bauen. War mal auf 9. Lass uns gerade erst gucken, was hier oben wieder ist. Aber es ist tatsächlich noch offen. Ich habe bis jetzt nur nicht verstanden, warum er dazu gemacht hat. Keine Ahnung. Oh, hier unten ist Wasser. Ich weiß nicht, wo es wegkommt. Schauen wir mal, ne? Aufputzen. Ah, weil wir da irgendwo eine Leitung gebaut haben. Und der Anschluss geändert wurde. So, die Gasbrücke ist schon mal fertig. Jetzt müssen wir nur schauen. Lüftung, normale Lüftung. Gasfilter muss hier rein. Gasfilter muss gedreht werden. Ne, R ist falsch, ne? Haben wir gerade wieder gemerkt. Da ist eine Dingens fertig. Mini-Gaspumpe. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir, dass die gerade fertig wird. So, den Gasfilter bauen wir jetzt mal hier hin. Drehen den aber mit O. Oh, so. Oder können wir ihn leichter dran bauen, ne? Geht nicht. Das heißt, das ist schon mal gut. Sanitär ist auch was neu gekommen. Die Flüssigkeitspunkte im Mini passt. Das muss hier angeschlossen werden, richtig? Nein, das ist falsch. Schnell weg damit. Ja, das ist jetzt noch richtig. Und dann Lüftung nochmal. Hier muss die Luft einfach wieder raus. Das muss so, das muss so. Wir brauchen dann noch die Pumpe daneben. Und dann brauchen wir die Mini-Pumpe. Die fehlen da Ressourcen. Plastik. Okay, dann müssen wir eine große bauen. Das machen wir so. Und dann brauchen wir da noch eine Lüftung nochmal, die ich jetzt zu kurz habe natürlich, die hier verlängert werden muss. So, und dann brauchen wir noch Strom an den Geräten. Die beiden brauchen Strom. Kabel. 120, 300. Was war das hier? Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. 400, 20. 660, 760. Ja, ich glaube, da kriegen wir noch das beides angeschlossen, ne? Das müsste dann funktionieren eigentlich. Das wird hier alles sofort gemacht. Das ist auch sehr gut. Okay. Ich hoffe, das funktioniert dann so, wie ich mir das vorstelle, ne? Hier ist auf jeden Fall verschmutzter Sauerstoff hier vorhanden. Den ich eigentlich hier oben mit dem Kompost haben wollte. Der aber hier gar nicht benutzt wird. Hier ist schon wieder offen. Äh, zu. Kein Mensch weiß, warum. Ist der zu nah da dran und dann geht der? Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Hier sieht es so richtig grün aus schon. Okay. Okay, hier ist schon alles fertig. Verschmutzter Sauerstoff muss da irgendwo gepumpt werden. Ist das komplett fertig gerade? Lüftung. Leitung, dann sehe ich es. Ja, sollten wir dann auch anlassen. Wir können aber auch hier das Lüftungsoverlay nehmen. Verschmutzter Sauerstoff. Ja, das passt wohl jetzt. Der verschmutze Sauerstoff kommt da schon mal hin. Wir müssten den nächsten Gasfilter natürlich jetzt haben, der den guten Sauerstoff uns irgendwo hinpumpt, ne? Den es da noch gibt tatsächlich. Könnte ich das da dran anschließen und dann geht es hier durch? Ah, man muss eine zentrale Sauerstoffversorgung haben. Warum ist hier kein Strom jetzt dran, ne? Okay, jetzt doch wieder. Weil hier keine Kohle war? Ne, das sieht so gut aus. Okay, das läuft auf jeden Fall jetzt mit dem Sauerstoff, mit der Nahrung für die Pufflet, Pufft, Puffts. Hier ist schon wieder zu. Kein Mensch weiß, warum das so ist. Das Gatter. Tür öffnen, geschlossen. Warte auf Lieferung Kupfer. Unerreichbar Baustelle. Alles klar, deswegen geht es wieder nicht. Da öffnen. Kann ich das vorübergehend außer Kraft sehen? Zeltiere, zeltiere Eier. Die Eier lassen wir weg, weil das macht keinen Sinn. Dann ein grünes Signal, wenn über Anzahl aktuell 1. Hier auf Automatik. Hier öffnen. Passt. Ich weiß nicht, wieso das so brummisch da läuft. Essen, 45.000, wächst langsam, das ist gut. Ah, wir können langsam über den Jupe nachdenken, ne? Weiß ich nicht. Der muss nur noch da rein, dann ist das Ding hier auch gegessen, ne? Ja, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall geht es mit unserer Anlage für Sauerstoff, den müssen wir hier nochmal dran überdenken. Da ist nämlich doch das Wichtigste, dass wir dann vielleicht den Kreislauf in irgendeiner Form hier haben, dass alle Gase dementsprechend irgendwo durch eine Röhre angeliefert werden oder hingepumpt werden. Weil das würde eigentlich nur Sinn machen. Ein großes Klimasystem oder Lüftungssystem, großes Lüftungssystem. Und hier geht auf jeden Fall das voran, dass die schon mal keinen Hunger sterben werden, denke ich. So, und dann machen wir hier jetzt mal aufräumen vielleicht noch, obwohl das gerade nicht die gute Idee ist, da aufzuräumen. Wir können hier noch was updaten, das machen wir noch schnell. Die Ellie kann, hat schon alles da. Ellie würde auch Viehzucht machen können dann, will ich das? Ne, ich glaube, wir machen erstmal hier verbesserte Tragfähigkeit, das wäre auch nur ein Punkt. Ja, wenn die da schwer graben macht und sowas, ist das vielleicht sinnig. Gut, passt erstmal. Was macht unsere Zeitplansgeschichte? Okay, wir haben nur Stinky da drin, aber hier haben wir noch drei. Wir könnten vielleicht Kamill noch... Lass uns hier nochmal Kamill zusetzen. Damit die Pläne noch mehr verteilt sind, oder? Ja, vier und vier, passt. Und da unten ist einer bei der Nachtschicht. Dann ist das auch gut. Prioritäten, machen wir jetzt gerade nichts. Ernährung wollte ich noch gucken. Fleisch wird nicht gegessen, das passt. Okay, dann müssen wir da erstmal vorankommen. Das sieht erstmal ganz gut aus, denke ich. Forschung war noch abgeschlossen. Ja, komm, dann gehen wir noch da. Ach, das waren die beide Pumpe und sowas. Lass uns schnell da noch reinchecken, damit die noch läuft. Hier sind wir durch bis auf den Nahrungszubereiter. Gourmet, da brauchen wir aber Gas für. Hier sind wir schon komplett durch, okay. Was haben wir hier? Förderschienenbelader. Förderschienenschütter, okay. Da könnte man alles irgendwo hin transportieren. Galasschmiede, Bunkerziegel, Bunkertür, Sweepy Dock, hier sind Meldehammer, Hammer, Benachrichtigungssystem, krankheitserreger, Diagnose. Das sind alles nicht so Sachen. Hier Stromungsumlenker, das Surf Simulator ist das. Aber was haben wir hier? Katalysatoren, Oxylitraffinerie, Molekularschmiede und Trinkwassersprudler. Der wäre noch am wahrscheinlichsten sinnigsten. Jetzt haben wir hier Jetanzugmuster. Okay, das ist natürlich schon weit vorausgegriffen. Fensterziegel, Aerotopf und eine Tageslichtlampe. Renaissancekunst, okay. Okay, jetzt haben wir hier Signalzähler, zählt wie viele grüne sie erhalten wurden bis zu einem, okay. Speicherumschalter, XOA-Gatter, das ist auch interessant. Arcade-Automat, was haben wir hier noch? Duplikantenkontrollpunkt. Okay, die können dann nur durch, wenn, okay, da könnte man das mit einem Sauerstoffsensor zum Beispiel kombinieren und dann können die da durchgehen. Virtuelles Planetarium. Okay. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir? Vielleicht machen wir mal hier die Glasgeschichte und Aerotopf und Tageslicht. Das müssen wir aber alles irgendwann mal hier auch einbauen, weil diese sehen ja auch nicht so ganz so toll aus, die Herzchen. Okay, ich würde sagen, für diese Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochschalte, hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.